Heute ist erstmal schon nicht ganz so warmes Wetter und wir sind ziemlich angespannt, weil es die erste Technik-Challenge ist. Das kaltes Wetter macht das Sand ein bisschen stiffer und es hilft auch mit dem Trackshake. Ich freue mich schon, dass ich mich schon sehr interessiert habe. Wir haben ein bisschen ein bisschen von Nervs gehen, das erste Mal von der Woche. Da gibt es eine halbe Sekunde, wo du einfach ein tiefes Wetter und dann lass es gehen. Es ist ein sehr shortes Wetter auf der Sand Dune. Dann gehen wir über den Topen und dann gehen wir in die Valle und dann ist das wo die Finishing-Challenge ist. Es ist, wenn du nicht auf dem Weg bist. Wenn du nicht auf dem Weg bist, wirst du nicht gehen. Du wirst verletzt, und ich denke, das ist genau das, was passiert. Nachdem du auf bist, das ist der erste Jahr, ich denke. Ich denke, wir müssen den Polen vergleichen. Die erste Phase war nicht gut, aber alle waren nicht gut. Wir haben ein paar Polen, aber das ist okay. Du glaubst, die Fahrer zu fahren? Ich bin jetzt. Die Australien-Teams, eine Team ist gut. Ich hoffe, sie können die Flage für die anderen zwei. Das Spiel ist ziemlich dynamisch. Das ist alles hier, um die erste Platz zu finden, wie es hier ist. Day 2. Die only signifikante Dinge hier passiert, was Alvijn in die zweite Position. Juan Grant, die jetzt in die erste. Die nach einer Linken-Den-Gerruck. Die eineu. Die Nachdenfolio-B parc betrieb. Von ourieren, die sich immer weiter. WDR 2.